So, liebe Damen und Herren, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reagieren heute auf ein sehr trauriges Thema, und zwar auf das Thema Kronk transfeindlich. Heftige Diskussion nach Aussagen von, zu, Hogwarts Legacy. Keine Ahnung, was das hier sein soll, aber von und zu. Wollte hier bestimmt geschrieben. Okay, Rotkai, der Ehrenbruder, hat mittlerweile 11.000 Abos, sehr nice. Ey, DevToy, wie immer, wirklich. Das ist schon mittlerweile gang und gäbe, ja. Danke für die 100 Witzen, danke schön für den Sub-Search, und fähig die Wischen. Vielen lieben Dank. So, wir gucken mal rein hier. Heftige Diskussionen auf Twitter. Grund dafür ist ein Spiel, was bald rauskommen wird, nämlich Hogwarts Legacy. Am 13. Februar wird dieses Spiel erscheinen, und viele Fans warten schon gespannt auf das Spiel. Und somit natürlich auch sehr viele Twitch-Streamer, die auf das Spiel warten, um es öffentlich auf Twitch dann zu zocken. International, muss man aber sagen, haben in letzter Zeit viele Fans diesem Franchise den Rücken gekehrt. Grund dafür ist vor allem die Autorin J.K. Rowling. Sie ist in letzter Zeit aufgefallen mit transfeindlichen Aussagen. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, dass Harry Potter... Ich wusste immer nie, wie die eigentlich heißt, ne? Aber ich glaube, die heißt Jo-En. Ich wusste nie, ich dachte immer nie, das ist der... Ne, ich wusste schon, dass die nicht J.K. mit Vornamen heißt. Aber, äh... Jo-En? Was ist denn mit K? Was ist denn das für ein Name eigentlich? Catherine? Okay, Catherine. Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Das ist eine Lüge, Leute, das ist eine Lüge. David hat eine Macke. Dankeschön, wie du noch willst. Antisemitische Stereotypen bedienen würden. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, dass die Goblins in Harry Potter halt jüdischen Stereotypen gerecht werden würden. Und dass man hineininterpretieren könnte, dass es sich bei den Goblins um Juden handeln könnte. Verstärkt wird diese Aussage noch dadurch, dass ein Davidstern sichtbar ist an dem Ort, an dem die Bank der Goblins ist. Und gerade auf Twitter gibt es riesige Diskussionen über diese Thematik um das Spiel. Ausgelöst wurde das Ganze vom Streamer Gronkh. Der halt im Allgemeinen... So krank. So krank einfach. Einfach weil Gronkh... Es gibt einen Clip bei Gronkh und nur deswegen, der wird jetzt halt mies gehalten. Also von einig mies gehalten. Der bekommt von den meisten halt Support. Äh, auch... Weißt du, du musst es ja nicht schön reden. Er hat es ja auch nicht schön geredet, das Ganze. Ja? Was da J.K. Rowling gemacht hat und wofür sie in der Kritik steht. Aber Gronkh jetzt irgendwie Hate oder irgendwie die Kritik zu geben, ja, wie kannst du nur irgendwas sagen? Das ist echt keine Ahnung. Mein als ein sehr sympathischer, netter und vernünftiger Mensch rüberkommt. In seinem Livestream hat... Hatte Gronkh jemals einen Skandal? Hallo, ich mag Moneten. Alter! A95 spendet 50 Euro. Den Monat anstatt 100 nur 50 Euro, weil mein Auto neue Bremsen bekommt. Alpha Kevin irre. Ey, nur 50... Willst du mich verarschen, ey? 50 Euro, vielen lieben Dank für 50 Euro. Das ist immens viel, Mann. Vielen lieben Dank. Und schön, dass du mich am Start des Go gehabt hast. Freut mich sehr. Ey, dankeschön, wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Gronkh hat wirklich... Ähm... Gronkh hat wirklich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren... Hat er jemals einen Skandal gehabt? Ich weiß es nicht. Irgendwas war mal... Ja, mit Herr Currywurst. Damals, als er und Curry über Unger rumgelästert haben, glaube ich. Und irgendwas mit einem... Ja, aber das war nicht mal so ein krasser Skandal. Das wurde einfach nur ein bisschen unnötig hochgepusht. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt ein ernsthafter Skandal war. Also von Skandal rede ich halt so von ernstzunehmenden Thematiken, die wirklich polarisierend negativ auch sind. Aber das war bei Gronkh irgendwie nie der Fall. Der steht, also wirklich, als ob das jetzt so jemand ist, der immer auffällig war wegen irgendwelchen transfeindlichen Sprüchen. Hat er in Bezug auf das Spiel und ob er das Spiel spielen wird, diese Aussage getätigt. Wo jemand... Argumente... Nicht gegen J.K. Rowling, sondern für... Und da ist eine ganze Liste mit Punkten, was sie wohl gesagt hat und welchem Kontext und lalala. Und es... Es ist mir einfach egal. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ist das wichtig für mich? Und schickt mir doch bitte keine E-Mails deswegen. Also seine Meinung nochmal zusammengefasst. Ich interessiere mich für das Spiel Harry Potter. Was J.K. Rowling macht, ist mir scheißegal. Die Frage bleibt dabei natürlich, kann man Kunst und Künstler voneinander trennen in dieser Situation? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gronkh transfeindlich ist, nur weil er diese... Es geht ja auch gar nicht hier hervor, dass irgendwas transfeindlich ist. Ihn jetzt hier als transfeindlich darzustellen, er hat keine Aussage gebracht, die transfeindlich ist. Ja, natürlich, es gibt Leute, die bewerten das nochmal härter, die sagen, ey, ich würde das nicht unterstützen, wenn eine Person wie J.K. Rowling transfeindliche Sprüche bringt, würde ich das nicht unterstützen, da habe ich keine Lust drauf. Aber dass man jetzt sagt, ja, Gronkh ist transfeindlich, weil er ein Spiel spielen will und er ausdrücklich sagt, dass ihm die Aussagen von J.K. Rowling auch nicht passen, aber ihm ist diese Frau einfach egal, er möchte das Spiel spielen. Und noch die nächste Sache, die ganz oft vergessen wird, ich weiß nicht, ob er sie einblendet, nee. Gronkh hat noch gesagt, alle Spenden, die reinkommen während des Streams, wenn er Hogwarts Legacy spielt, die spendet er für Zwecke, wo sich für Transmenschen oder für die queere Community stark gemacht wird. Aber das lässt ja auch jeder aus, dass da sozusagen in, wie nennen wir das, in Dings, ich bin gerade zu lost, Kompromiss. Ja, da wurde ein Kompromiss gefunden, auch mit der Community. Aber das wird natürlich nicht erwähnt. Das Spiel jetzt spielen möchte. Allerdings sollte einem schon bewusst sein, dass wenn man dieses Spiel kauft und dieses Spiel dann mit seiner Reichweite öffentlich präsentiert, dass man natürlich trotzdem eine Person supportet, die transfeindlich ist. Und vor allem, weil sie halt schon damit geprahlt hat, dass sie immer noch sehr viel Geld mit diesem Franchise verdient. Und das auch noch in einem Zusammenhang, in der ihr gesagt wurde, ey, wie kannst du schlafen, wenn du weißt, dass so viele Leute keine Lust mehr auf Harry Potter haben. Ihre Antwort war darauf, ich schaue mir einfach die Checks an, die ich bekomme von dem ganzen Geld, was ich durch Harry Potter mache. Dann geht es mir wieder besser. Also legitimiert sie ihr Verhalten und ihre Meinung dazu. Das ist wirklich, gibt nur Frau zu viel Macht. Ja, und dann labert die halt den ganzen Tag nur Scheiße. Das ist Wahnsinn. Durch, dass sie so viel Geld verdient. Und wenn man sich die Sachen kauft, sie durch dich Geld verdient, dann hilfst du ihr anscheinend dabei, zu legitimieren, dass das, was sie sagt, richtig ist. Das ist mit einer der Gründe, warum viele halt zum Boykott dieses Franchise aufgerufen haben. Im Allgemeinen geht es hier anscheinend auch nicht um die ganze LGBTQ-Community, denn wie man halt in letzter Zeit erfahren hat, ist Dumbledore ja homosexuell und er hatte halt eine Beziehung mit Grindelwald. Und auch auf die Frage, warum man das nicht erkennen konnte, dass Dumbledore homosexuell ist, hat sie geantwortet auf Twitter mit, hat sie halt geantwortet, Homosexuelle sehen halt ganz normal aus. Ist ja normal, dass du das nicht einfach durch das Hingucken erkennen kannst. Was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik? Meint ihr, man sollte Harry Potter noch supporten oder seid ihr der Meinung, dass man das nicht supporten kann? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo auf dem Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein. Okay, also das ist das erste Video, was wir dazu angucken. Wir gehen direkt rüber ins nächste Video. Da wurde auch drüber gesprochen. Da geht es nochmal 14 Minuten darüber. Da hat der Lieber, ich kenne ihn nicht, aber es ist mit der Einzige, der dazu noch was gesagt hat. Und deswegen möchte ich mir das auch noch angucken, wie es da ausschaut. Ey, guck mal, hier ist sogar Tilted Floste mit drin. Grüße geht raus an Tilted Floste. Der hat ja das Video zur militanten Veganerin gemacht, worauf ich mich auch viel bezogen habe. Okay, wir gucken uns das einfach mal an, was er dazu sagt und wie seine Meinung dazu ist. Mal schauen. Bevor wir jetzt nochmal in ein veganes Video reingehen, möchte ich nochmal zum Boykott von Harry Potter aufrufen und möchte euch kurz zeigen, wie man sich nicht zu Hogwarts Legacy äußert und muss hier einen Link raussuchen, den ich dann euch in voller Länge und in vollster Lautstärke abspiele. Und wir schütteln einfach mit dem Kopf. Leute, die gestern den Stream geschaut haben von mir auf dem Gaming-Channel Twitch.tv oder Sundays, wissen schon, was gleich... Ich glaube, wir werden jetzt gleich eine sehr konträre Meinung erfahren, ja. Zu dem, was wir gerade geschaut haben, wird das jetzt, glaube ich, sehr konträr, wenn ihr jetzt den Grand-Clip suchen sollte. Passiert. Aber nun gut. Okay, ja. Gehen wir doch mal direkt rein. Ich muss den gar nicht direkt so... Warte mal, kann ich das... Na, dann ist er zu klein. Ihr braucht nur den Ausschnitt, okay? Ihr braucht nur den Ausschnitt. Ist egal, ihr müsst nicht unten sehen, von wem er gesponsert wird. Auch nach der Aussage eigentlich nicht. Es gibt dazu auch ein VOD, aber das werden wir nicht schauen, weil ich möchte nicht... Ich möchte nicht... Also, ich habe die bestimmt... Ja, bleibt bitte sachlich hier im Chat, Leute. Ja, bleibt sachlich, nicht beleidigen. Alles entspannt. Wir bekommen das vor diesem Clip und nach diesem Clip. Ich sage jetzt mal, nicht so auch das Positive gesagt wird und es auch noch weiter stören wird. Aber ich sage mal, hier in dem VOD, in diesem Clip, meine ich, versteckt sich die Kernaussage, die wir alle in unseren Ohren hören sollten. Wo jemand Argumente nicht gegen... Ich habe sehr stark geschmärzt. Die werde ich jetzt haben, ja? Maywood, danke für den Submining. ...Rolling, sondern für. Und da ist eine ganze Liste mit Punkten, was sie wohl gesagt hat und welchem Kontext und la, la, la. Und es... Es ist mir einfach egal. Ja, also ganz ehrlich, das mit den marginalisierten Gruppen, dass ich dafür aufstehen muss, das kann mir doch eigentlich auch egal sein, ne? Wie die AfD hat was gegen Schwarz. Also, mir egal. Also, ich bin jetzt nicht antifaschistisch unterwegs. Warum soll ich das sein? Also, bitte. Es ist mir einfach egal. Darf es mir... Ja, also das zu vergleichen mit... ...mit... ...der AfD, weiß ich jetzt nicht, ob der... ...ob der Vergleich hier so... ...so direkt passend ist. ...egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Muss sie eine Rolle... Also, ich hoffe mal, dass er das mit aufzeigt. Das... Also, ich hoffe, er zeigt jetzt nicht nur diesen Clip und bezieht sich jetzt bloß auf diesen einen Clip. Ähm, wie gesagt, da wurde der Kompromiss geschaffen, dass Gronkh, und das hat er im Stream danach noch gesagt, ähm, dass Gronkh eben die Spenden, die er bekommt... ...Humanäten ... ...für queere Gruppeneinsätze. Ja, gute Nacht. Timo, danke für 111 Bits. Ja. Ey, jetzt hat er das wirklich auf 666 gemacht. Nein, du wirst mich... ...ähmich komplett trollen. Ey, ich danke dir trotzdem für den Support, man. Gute Nacht. Wollte immer im Leben spielen? Ja. Ich erkläre das noch mal ganz kurz, auch wenn das Finessi und, äh, viele Menschen da draußen und auch Shuyoka in ihrem Stream ein bisschen besser erklärt hat. Ganz einfach, für alle auch, die es jetzt noch nicht gehört haben in meinem Stream, J.K. Rowling unterstützt mit dem Geld, das sie von Hogwarts Legacy und von allem, wo Harry Potter draufsteht, mit diesem Geld, bei jedem Verkauf verdient sie mit. Ja? So. Ja. Und mit diesem Geld unterstützt sie transfeindliche Organisationen, faschistische Organisationen, die Menschenrechte abbauen wollen. Es gibt dort draußen 100% Personen von euch, Harry Potter ist für euch die Kindheit, aber wir wachsen weiter, Moral verändert sich, sorgt nicht dafür, dass euer Geld zu so etwas wandert, weil dann könnt ihr auch direkt an die AfD spenden, das geht auch. Macht euch doch nichts vor. Das ist nämlich genau das. Es ist nichts lebenswichtiges. Es ist so nicht notwendig. Also den vergleicht immer noch mit, da könnte man auch direkt an die AfD spenden, würde ich jetzt einfach mal gar nicht so sagen, weil auch zum Beispiel, wenn du jetzt, ich mag Monäten. Timo, Dankeschön für die 100 F-Bits. Wenn du jetzt Merchandise verkaufst oder Spiele verkaufst, geht ja ein großer Teil, da geht ja nicht der ganze Teil zu J.K. Rowling, sondern da wirken ja sehr viele mit, die daran verdienen, die keine Faschos sind oder so in Spaß. Deswegen wird es ja schon mal davor deutlich mehr gekürzt. Dazu fehlen mir hier auch einfach die Belege so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht zeigt ihr das noch, vielleicht geht ihr auch noch ein bisschen näher drauf ein. Aber mir, nee, scheinbar nicht. Hier fehlen halt sämtliche Belege, wo man sagen kann, ja, sie unterstützt direkt mit dem Geld faschistische Organisationen, faschistische Gruppen, um praktisch die Trans-Community oder die Queere-Community runterzudrücken. Wenn es so ist, und es kann auch durchaus sein, dass es so ist, kann man das durchaus kritisieren, aber Gronkh deswegen jetzt hier als Trans-Feind darzustellen, finde ich sehr, sehr schade. Leben ist notwendig für euch, auf dieses Spiel zu benutzen, zu spielen, was weiß ich. Ihr könnt das einfach umschiffen. Euer Pile of Shame ist immer so immens groß. Jede zuschauende Person seit fünf Jahren in meinem Stream sagt, ich muss noch ganz viele Spiele spielen. Dann nutzt die Zeit, die ihr für Hogwarts Legacy eingeräumt habt, was ihr eh nicht gemacht habt, weil kaum eine Person kenne ich, die das macht, außer vielleicht ein paar Diehards, die sich dann Urlaub sogar nehmen, um das Spiel zu zocken und durchzusuchten. Nutzt das, um andere Spiele zu spielen. Spielt Dead Space, das Remake, wenn ihr Horror mögt. Spielt Death Stranding, wenn ihr was Melancholisches mögt. Was weiß ich. Guckt, welche Epic Games-Spiele es gerade kostenlos gibt. Macht das. Spielt die Spiele, spielt die 300 Spiele. Ja, aber was ist denn, wenn bei irgendwelchen Firmen, wo man es vielleicht ja gar nicht weiß, dass sie da Geld, dass sie Geld ebenfalls für Leute ausgeben oder für Organisationen ausgeben, die auch im Hintergrund irgendwelche Gruppen unterstützen mit Fascho-Hintergrund oder so einen Spaß. Das ist halt, ist halt super schwierig, da alles nachzuprüfen und zu wissen, was da Phase ist. J.K. Rowling, ich weiß noch nicht mal, ob die das überhaupt macht. Ja, also das kann ich jetzt noch nicht mal sagen. Er hat jetzt hier keine Beweise, keine Belege eingeblendet. Das ist dann halt ein bisschen schwierig zu urteilen. Sieht sonst in eurer Bibliothek auf Steam ver... Was Epic Games ist, China? Uiguren-Unterdrückung. Ja, ja, theoretisch dürft ihr es auch nicht machen. Ja, weil das, was dort abgeht, ist ebenfalls, also, das ist an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten, fast schon. Ja, das, was in China abgeht mit den Uiguren. Auch schwierig. Riot auch? Dann, dann kannst du fast den ganzen Gaming-Markt kannst du in den Tonnen schmeißen. Twingo, Dankeschön für die 100 Wits. Vielen lieben Dank, Mann. ...gammeln und verstauben, anstelle doch jetzt auf Hogwarts Legacy zu plädieren. Hä? Ist das wichtig für mich? Es ist nicht wichtig für dich, aber es ist wichtig für die Betroffenen. Und schickt mir doch bitte keine E-Mails deswegen. Doch, schickt E-Mails. Wo jemand... Das, 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 das war, das war der Clip. Das war der Clip. Das war der Clip. Investiert die 60 Euro in Queer Lexikon, spendet an, an Organisationen, die sich für trans Menschen einsetzen, sowas. Aber lasst euer Geld nicht zu solchen Sachen wandern. Und nochmal... Ich mein, die, die Ansicht... Das ist ja völlig okay. Admirail. Admirail. Wahnsinn. Ja, ach, ey, wir müssen das ja jetzt nicht noch krasser aufziehen, als es ist. Danke für die 1111 Bits. Ich finde das ja okay, ich finde es ja okay, wenn er das so für sich entscheidet oder sagt, ey, ich boykottiere das Spiel. Ich finde das scheiße, ich möchte diese Frau nicht unterstützen. Ich finde, wenn man da seine persönlichen Gründe dafür hat und wenn man weiß, diese Frau ist sehr transfeindlich und steht auch dafür und nimmt das Geld auch in die Hand, um sowas, um die queere Community, sag ich mal, zu bashen, mehr oder weniger, weißt du, dann ist es ja okay, wenn man sagt, ey, das möchte ich nicht unterstützen, also sage ich gar nichts dagegen. Ist ja auch lobenswert, wenn man sich da für moralische Werte einsetzt. Aber jemanden wie Gronkh dann, der halt einfach sagt, ja, ich will doch bloß das Spiel spielen, diese Frau, die geht mir am Arsch vorbei, dann als transfeind zu bezeichnen beziehungsweise das wirken zu lassen, als wäre er hier transfeindlich. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Also schwierig, keine Ahnung, Mann. Also ich traue Gronkh nicht zu, dass er hier transfeindlich ist. Cyrano, danke schön für den Sub. Vielen lieben Dank, Mann. Es gibt dir kein Abschalten, es gibt dir kein Egalsein, mit dem Kauf seid ihr politisch. Weil dieses, dieses, der Kauf dieses Spiels, war da direkt in die Taschen einer Person, die es für, ähm, Menschenverhältnisse. Ja, aber das hast du doch bei ganz, also das ist halt, das Schwierige ist einfach, das kannst du jetzt theoretisch bei so ziemlich jeder Firma sagen. Da gibt es immer irgendwo Leute, die ganz oben mitspielen und, äh, viel Geld einheimsen von den Firmen, die sehr, sehr kritische Ansichten haben. Wo du dann sagen könntest, ja, dort, äh, unterstützt du einen Fascho, dort unterstützt du irgendeine Person, die ganz komische Ansichten hat, oder, was auch immer, Judenfeind ist oder so ein Spaß. Äh, also das, das ist halt super, super schwierig, ne, dann abzuwägen, ja, was kannst du überhaupt noch unterstützen. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz schwer. Ne, also wenn jetzt jeder kauft, dann halt einfach eine politische Entscheidung ist. Ähm, ja, also muss er sich sehr, sehr kund tun, was man überhaupt dann noch kaufen kann, ne. meine politische Politik ausgibt. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. sollte, weder finanziell noch moralisch. J.K. Rowling nutzt das Geld, das sie aus Harry Potter, Merchandise, Adaptionen, etc. bekommt, um faschistische, menschenfeindliche Organisationen zu unterstützen. Ja, aber jetzt sag doch mal, was für einen. Also jetzt will ich es wirklich mal wissen. Also das Ding ist, das ist halt immer eigentlich schön. Er schneidet doch sogar das Video, glaube ich, oder? Oder hat es ja im Nachtrag so, so hier hochgeladen. Also hätte er doch Belege einblenden können. So, da hätte ich jetzt wissen können, ah, das ist wirklich so. Darüber muss gesprochen werden und es ist gut, darüber aufzuklären. Aber es ist halt, ich finde hier nichts. Superschade. Punkt. Punkt. Und wenn ihr dann Hogwarts Legacy oder was mit Harry Potter kauft, seid ihr damit nicht mehr unpolitisch und es ist egal und ihr wollt nur genießen. Nein. Ihr habt euch aktiv für eine Seite damit entschieden. Was, wie gesagt, ich war ja am Stream bei ihm vorhin. Oh, einen Moment, ich lese gleich. Moment. Ist in der Vergangenheit immer durch seine Offenheit aufgefallen. Ich meine, wäre er transfeindlich, hätte er Delmiwey nicht gespielt. Da ist einer der Hauptcharaktere, nämlich ein Transmann. Ja, aber er könnte sich ja drüber lustig machen. Nee, ich denke auch nicht, dass er das ist. Das glaube ich auch nicht. Dankeschön für die 100 Bits. Ist er auch nicht. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Die, sie hat geschrieben, wie gesagt, ich war bei ihm im Stream, bei Mango. Wir haben ihn ständig nach Belegen gefragt und er ist immer ausgewichen. Er sagte, Google doch einfach. Ja, aber es ist halt, weißt du, du lädst ein Video hoch, wo du darüber redest, ja, sie unterstützt irgendwelche Sachen, also du haust irgendwelche Aussagen in den Raum, ohne das, ohne auch nur irgendwo mal ein Bild zu zeigen. Ja, dann zeig wenigstens irgendwie bei der Google-Suche, dass es überhaupt Artikel darüber gibt. Ja, das ist halt immer doof. Dann, dann belegst du doch direkt, dann kannst du direkt die Diskussion hier schon gewinnen oder auf deine Seite ziehen. So ist es gerade schwierig. Junge Trinity. Danke. Junge, das ist ein Wort. Sag alles nochmal, bleib zu knorkeln. Ey, habt ihr hier gerade, habt ihr hier gerade so einen Spendenaufruf gemacht oder sowas und insgeheim, danke für 10 Euro an der Stelle. Vielen lieben Dank für den Support hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahrscheinlich gab es Personen, die das gesagt haben. Manche Leute sind halt emotional bei diesem Thema, weil sie Betroffene sind von einem Hass. Ihr seid damit nicht direkt transfeindlich. Das macht es aber nicht besser. Es ist trotzdem scheiße, das zu unterstützen. Tut es doch einfach nicht. Ihr habt so viel auf eurem Pile of Shame. Es gibt so viele andere Fantasy-Welten. Es gibt so viele andere Fantasy-Bücher, die manchmal auch kritische Sachen äußern, zeigen und abbilden, aber nicht im gleichen Maße wie Harry Potter. Lest euch ein. Das Ding trifft und wenn ihr davon nicht sensibilisiert seid und es nicht gemerkt habt, macht euch auch keiner einen Vorwurf. Es ist okay. Vor zwei Jahren hätte ich Harry Potter gelesen können und es wäre auch so viel über meinen Kopf drüber hinweg geflogen. Aber wir hören marginalisierten Gruppen zu, betroffenen Gruppen und die sagen, das ist nicht gut. Die kriegen das ab. Es ist besser, wenn wir es sein lassen. Was? Wirst du das Game spielen und dann interessiert es dich nicht so. Also ich spiele die Scheiße generell nicht. Mich interessiert das auch gar nicht. Ja, das ist das Harry Potter-Spiel. So generell. Spiele interessieren mich nicht wirklich, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen geht mir das übel am Arsch vorbei. Ich habe das halt auch nur auf Twitter mitbekommen, weil Kronk auf einmal in den Trends war und plötzlich überall angezeigt wurde. Ja, hier Kronk, da und hier. Dann hat Shoshoka oder ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, hat dann noch einen Stream gemacht und darüber geredet, auf Twitter irgendwelche Posts abgesetzt und ich habe das nur so beiläufig, habe ich das kurz so ein bisschen überschlagen, so was ungefähr der Kontext der ganzen Sache ist. Dann ist mir erst aufgefallen, was eigentlich hier Phase ist. Ich kann es, also ich kann diesen übertriebenen Ausstand nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, kann man kritisieren, die J.K. Rowling kann man kritisieren, aber nicht in diesem Ausmaße. Ja, und dann noch so hinstellt, ja, transfeindlich und schlimm. Und was wäre ich denn für ein Arsch, wenn ich da stehe und sage, ich meine, man kann ja super gerne auf ein Problem aufmerksam machen. Ich bin der Letzte, der das abspricht. Ich spreche ihm das hier auch nicht ab, darüber nicht reden zu dürfen oder zu sollen und wenn er der Meinung ist und die Meinung akzeptiere ich, dass man das Spiel boykottieren sollte für ihn und vielleicht auch für seine Bubble und wenn da Leute sich da anschließen, ist das ja keine schlechte Sache. Aber den Leuten zu unterstellen oder vielen Leuten auch zu unterstellen, ich meine, er hat jetzt auch gerade gesagt, das ist dann nicht transfeindlich, aber Leuten zu unterstellen, da gab es ja einige, dass sie transfeindlich sind. Sobald sie das Spiel spielen, finde ich sehr schwach, weil hier geht es um ein Spiel, was man spielt, weil es Spaß macht und nicht um irgendwen da politisch zu unterstützen. Svibu, Dankeschön für den Sub, vielen lieben Dank. Es hat auf Twitter eine Userin geschrieben, ja, ich war mal Gronkh-Fan, jahrelang, die Betonung liegt auf wahr und ja, das, was er da macht, das ist transfeindlich und Gronkh, sieh dir Leute wie mich an, die sich wegen dir dann irgendwann umbringen werden oder so in Spaß. Wirklich, es wurde ernsthaft geschrieben, das ist kein Spaß. Also, die hat mit Sui, also, ich kann es ja gar nicht aussprechen, die hat damit gedroht, dass Gronkh dann dafür verantwortlich wäre, wenn sie, oder Leute wie Gronkh verantwortlich wären, wenn sie, äh, Dinge begeht, die man nicht machen solle. Ja, ich möchte, jenseits von guten, bösen Leute. Ja, das war genau, das war auch die, die trotz Corona zur Gamescom gefahren ist, genau, die dann gesagt hat, ah, die Karten, die waren zu teuer, den Spaß lasse ich mir jetzt hier nicht entgehen. Genau das war die gleiche Person. Kannst du keinem erzählen, kannst du keinem erzählen, Leute. Aber trotzdem Harry Potter zocken, weil ich hab ja, ich hab ja einfach Lust darauf. Es gibt eben Leute da draußen, denen es nicht egal sein kann, weil das ihre Identität ist. So enttäuscht, wirklich. Ich habe Gronkh so lange geschaut, aber es gibt bestimmte Dinge, wo du dich nicht hinstellen kannst, in deinem Privileg. Ein, eine große, streamende Person zu sein und sich einfach hinzustellen und sagen, mir egal. Ich finde, es ist die Pflicht eines großen Influencers, der übrigens mit Friendly Fire Transorganisation unterstützt, die ihn jetzt auch ins Gesicht spuckt, wenn er das streamt. Es ist ein fucking Privileg. Du hast, nehme ich mal an, viel mehr Geld, kriegst alle Spiele gratis, aber dann kann man doch von dir, kauft sich trotzdem welche, I don't know. Aber er möchte dann ein Spiel nicht spielen, doch nicht spielen, weil er hat da Bock drauf. Wenn du eine Reichweite von 30.000 Zuschauern jeden Freitag hast, dann ist es doch das Mindeste, wenn du dich für Menschenrechte einsetzt. Wenn du dich hinstellst und sagst, Leute, liebe Zuschauer, liebe Community, ihr solltet Hogwarts Legacy nicht spielen. Dann wäre die Welt besser. Hallo, ich mag Moneten. ADM1 RAL unterstrich Hipster CheatX100 Würde ich so viel Kopf schütteln, wie da nötig wäre, hätte ich schon lange anschleudert, Traumel Kappa. Danke für die 100 Witz. Ich kommentiere es jetzt nicht weiter, ja. Aber was wir hier haben, ist eine Person, die einfach lalalala, mir kann es egal sein, denn ich bin keine Transperson. Mir ist es egal, ich kriege nicht den Hate ab, den J.K. Rowling in unserer Gesellschaft erzeugt. Was ist dieses auf Krampf unpolitisch sein? Was, so, das ist, das ist nicht mal Tempolimit, ja, nein, das ist Menschenrechte oder halt nicht. Das ist die Debatte. Ich kriege so einen Hals, wenn jemand sagt, das ist doch egal, ich will doch nur zocken. Das ist nicht, du willst nur zocken. Werke können politisch sein. Werke können boykottiert werden. Boykottieren bringt auch etwas. Und ja, ja, der Deal kann so gestrickt sein, dass J.K. Rowling schon ihr Geld bekommen hat, weil das ein Fünfjahresvertrag war, zum Beispiel. Oder ein Vertrag war für drei, vier Spiele. Vielleicht war das ein Vertrag, ja, es gibt irgendwann Lego Harry Potter Spiele, die gab es schon mal, es gab sogar eine Neuauflage von den Lego Harry Potter Spielen und dann jetzt ein eigenes Spiel. Vielleicht war das ein Vertrag für vier Spiele, vielleicht war es ein Vertrag für fünf Spiele. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie, jetzt waren in dem Vertrag zehn Spiele und das ist erst das vierte oder was weiß ich, I don't know. Okay? Dennoch, wenn das Ding gekauft wird, wird die Lizenz verlängert auf, von vier Spielen auf acht Spiele oder von vier Spielen auf fünf Spielen. Wenn sie das Hauptspiel verkauft, dann wird es auch DLCs geben. Und, ich sag euch ehrlich gesagt, ich find's auch mittlerweile kritisch, sich das Spiel irgendwie raub zu kopieren und, oder irgendwie doch auf anderen Wege zu spielen oder dann noch mal im, weiß weiß ich, Gebrauch zu kaufen, weil heutige Spiele arbeiten mit der Technik, dass du in den Spielen auch noch was kaufen kannst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich konsequent dann sagt, ich spiele nur das Hauptspiel und das DLC, das die Story weiter fortführt, lass ich in Ruhe. Vor allem sind dann auch Spielende auf Plattformen, egal ob ihr es Gebrauch gekauft habt, Spielende auf Plattformen sind eine Währung. Wenn ihr das, wenn ihr das in einem Jahr noch spielt und es irgendwie mit eurem Online-Account verbindet und öffentlich wirksam auf eurem Profil, bla bla bla, spielt gerade, spielt gerade Hogwarts Legacy, dann kann, dann kann man das von, von, von Shareholder oder sonst was verwenden und sagen, ja ein Jahr nach, nachdem wir das Spiel released haben, wird es aber immer noch groß gespielt. Weil, dieses ganze Ding ist online. Und wenn die, also ich weiß nicht, ich finde, ich finde wirklich, ich finde es wirklich, diese Thematik, weißt du, du kannst ja die Thematik super gern, ähm, öffentlich machen und du kannst ja super gern das kritisieren, auch J.K. Rowling kritisieren. Es wäre eher wichtig, vielleicht ein Video zu machen, wo du J.K. Rowling kritisierst und aufzeigst, was diese Person alles unterstützt, wie schwierig diese Person ist. Ich glaube, damit wäre mehr Leuten geholfen, als wenn du jetzt sagst, ja guck mal, Gronkh, wie kann man nur so sein, ekelhaft, ja. Und dann damit implizieren, dass irgendwie Gronkh ein Problem mit Trans hat oder Leuten, die Trans sind, ins Gesicht spuckt und sowas. Ich glaube, damit ist wenigen geholfen, zumal Gronkh immerhin diese Reichweite und die Spenden dafür ausnutzt, um, oder beziehungsweise nutzt, um, äh, die Trans-Community weiter zu unterstützen, ne. Also das ist immer, also muss ich auch sagen, das ist ein Kompromiss, der ist nicht selbstverständlich und den finde ich auch sehr stark von Gronkh. Also muss man ehrlich sagen, muss man auch mal lobend da anmerken. Leider wird das gar nicht erwähnt, also wurde bis jetzt noch gar nicht erwähnt, bei Rutkay, der hat es nicht erwähnt und auch er hat es gar nicht erwähnt. Das ist halt wirklich nur so ein Schnipsel von 20 Sekunden, der dort eingeblendet wird und darauf bezieht man sich dann komplett und das finde ich schade. Spielerzahlen wegen Leuten, die es erst gebraucht nach ein paar Jahren spielen, äh, dann immer exorbitant höher ist als bei anderen Spielen, die zu Release nicht so schmutzig waren, die zu kaufen, dann, dann wird das auch ins Gewicht fallen, dass es, dass es, dass es J.K. Rowling positiv ausgelegt werden kann und dass dort Lizenzen, äh, erhöht werden. Wenn die Spielerzahlen nämlich gleichbleibend hoch bei sonst was werden, dann ist das trotzdem nicht gut. Also müsstet ihr irgendwie eine Offline-Konsole haben, damit es überhaupt nicht gewertet wird, ja. Deswegen sage ich konsequent 100% lasst die Finger von dem Spiel, weil ihr könnt dieses Spiel mit folgenden Sachen unterstützen. Reichweite, Aktivität und Geld. Das Geldding macht ihr, wenn ihr das Spiel direkt kauft. Reichweite könnt ihr dem Spiel geben, indem ihr es streamt. Und Aktivität, wie gesagt, Spielerschaften messen und so weiter und das dann als Erfolg auswerten. Wie oft kommen Leute um die Ecke und sagen, oh ja, unser Spiel wurde aber auf bla 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 vielen Accounts registriert. Also, ergo Erfolg. Und sorgt dann dafür, wenn ihr dieses Spiel auf eurem Account aktiviert oder registriert oder sonst was oder zuerst startet und euch eure Account, also ihr euch mit eurem Account einloggt und das Spiel zuerst startet, sorgt dann auch dafür, dass ihr dem Spiel einen gewissen gewissen Gude-Nudel-Stern gibt. Was weiß ich, guckt doch mal, was ihr in eurer Was er labert, ist einfach zu 99% falsch. Taki Rowling, wenn man sich auch nur 5 Minuten informiert, kein bisschen transfeindlich geäußert. Nee, das stimmt nicht. Der hat sich schon transfeindlich geäußert. Also, das muss man, das muss man schon sagen. Deswegen, die stehen ja nicht ohne Grund in der Kritik. Warum ist das hier? Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich ja so ein Störer- Irgendwie ein Störer-Signal? Keine Ahnung. Irgendwas quietscht hier zumindest so ein bisschen. Ja, nee, die hat sich schon komisch geäußert. Ja, mehrfach schon komisch geäußert, wo man sich so denkt, okay, für umsonst steht die nicht in der Kritik. Zu Recht. Was ihr spielen könnt anstatt dessen. Also, das ist so Quatsch, dass ich euch das jetzt zeige, aber, aber, hier, guck mal, vielleicht bin ich da privilegiert, ich weiß es, ich hatte viel Geld für Videospiele, deswegen, meine Spielbibliothek besteht aus 156 Spielen, die ich nicht gespielt habe, die auf meinem Account liegen. You know? Viel Spaß. Das sieht 100% bei euch auch so aus, wenn ihr lange auf Steam seid und in dieser Nerd Culture seid. Ihr kriegt teilweise Spiele entgegengeworfen. Hier was kostenlos, hier ein Paket kostenlos, hier ein Sale, wo ihr was, wo ihr ganze Spiele rein für zwei Euro bekommt. Hier was kostenlos, dann kostenloses Wochenende, hier ein kostenloses Spiel und, und, und dann hier noch ein Humble Bundle mal gekauft und dann habt ihr auch wieder 40 weitere Spiele. Ihr habt eine Auswahl. Tut nicht so, als wäre es so essentiell wichtig für eure Videospielkarriere, dieses Spiel zu spielen. Es muss doch nicht das Spiel sein, womit ihr mit dem Kauf dann faschistische Organisationen indirekt unterstützt. Ganz ohne fasche Unterstützung könnt ihr tolle Spielstunden haben. Ja, das ist halt das Doofe, es hat er gezeigt, hat mich keine Einblendung. Super schade. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sehr schade, man. Okay. Momentan laufen... Das dazu. Ja, mich jetzt gerne, mich jetzt super interessiert, was das für, was das für faschistische Organisationen sind. das vorbeugierende, wenn man es nicht und dann einfach Adios.